Hi, ich bin der Gux und alles wird noch viel schlimmer als ihr gedacht habt. Einige haben sicherlich darauf gewartet, dass ich auch ein Video zum Cargo Refactor und den Upcoming Changes, wie das so schön heißt auf Neudeutsch, für 3.18 mache. Und hier ist es jetzt. Ich will einmal ganz kurz durchgehen, was noch so im Nachgang alles passiert ist. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich mir nachdenken wollte, was so passiert, was das für Auswirkungen auf uns alle hat. Also ich gehe einfach mal der Reihenfolge nach durch, nach Wertigkeit. Die Händler, die Missionen, die wir jetzt aktuell für Händler haben, bleiben auch erstmal nur so bestehen. Das heißt, mit eigenem Geldeinsatz bist du in der Lage, Waren zu transportieren. Denn das läuft bei CIG unter Commodity Trading, also mit hohem Risiko viel Geld zu verdienen. Dann wird nach 3.18, das kommt noch nicht mit 3.18, nach 3.18 eine weitere Missionsgruppe eingebaut, die da heißt Cargo Holding, also Frachtfahren. Du wirst auf Missionsbasis Dinge von A nach B transportieren. Die Commodity Preise bleiben in 3.18 erstmal stabil. Also dein Laranit kostet das gleiche wie immer. Da wird nicht dran rumgedreht. Erst wenn das manuelle Beladen und Entladen ins Spiel kommt, was es noch nicht ist, wird sich die Game Loop so signifikant ändern, dass die Preise hier dann angepasst werden müssen. Das Be- und Entladen von Schiffen verändert sich also erstmal nicht. Ganz normal über die Konsolen, die Konsolen werden jetzt aktueller und neuer gestaltet, aber du wirst dein Handelsschiff quasi vollpacken, leer räumen, wie vorher auch. Manuelles Beladen wird da nicht stattfinden. Also von dir nicht, vielleicht von mir. Dazu später mehr. Man wird später wählen können, ob es ein kostenpflichtiges automatisches Entladen gibt oder ob du das von Hand machen möchtest. Dann bei dem automatischen Vorgang wird für einige Zeit, wird es nicht möglich sein, dass du auf dein Schiff zugreifst. Das wird so ähnlich wie bei dem Refinery. Die Containergrößen. Wer jetzt sich gefreut hat, dass die Raft endlich auch ins Spiel kommt mit Cargo Refactor. Also eigentlich sind nur ein leichtes Trading Refactor und PES Erweiterung. Wer sich da gefreut hat, dass es die Raft nun irgendwie schafft, auch Sachen zu machen, der muss sich leider enttäuschen. Die Containergrößen bleiben aktuell erstmal bei 1 SCU und das ist das Maximum. Und sie arbeiten dran, aber irgendwann, irgendwann. Die 1 SCU-Boxen, die wir gerne benutzen, um irgendwie in den Bunker zu gehen und die vollzupacken. Die 1 SCU-Boxen kann man erstmal nicht kaufen. Es wird also weiterhin nötig sein, das Schiff zu sprengen mit etwas Ladung drin, am besten an einer großen Brustplatte. Dann ploppt so eine große Kiste raus. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum. Wie schwer kann das sein? CRG will wissen, warum. Für uns als Outlaw-Piraten, für die draußen die Piraten und überhaupt auch für alle, war eigentlich noch wichtig zu wissen mit dem Cargo Refactor, Was passiert eigentlich mit der Mole, mit der Prospektor? Wird es da eine Möglichkeit geben, werden die Pots abnehmbar sein? Oder werden die austauschbar sein? Oder fallen die runter, wenn das Schiff explodiert? Oder wie auch immer. Nein, das wird alles nicht passieren. Cargo Refactor betrifft jetzt nur die Trader und die Kisten. Nun, sowohl die Prospektor als auch die Mole oder auch die Raft oder die Starfahrer werden ganz normal weiter so funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben. Die Pots und die ganzen Elemente bleiben so da dran. Die werden nicht abgeworfen und die droppen auch nichts. Die neuen physikalischen 1-SCU-Cargo-Container, die wir jetzt rumbewegen können und so weiter, werden, wie wahrscheinlich die kleinen Kisten auch, in die vorgesehenen Plätze in einem Cargo-Grid einklinken. Also wenn man die mit einem Traktorstrahl, Handtraktorstrahl absetzt und so, werden die dann so einrasten. Das heißt, man kann die wahrscheinlich relativ zügig und ordentlich stapeln, ohne dass es da ein Kauderwelsch und ein totales Durcheinander gibt. Und dann wurde von Ciri gesagt, alles was im Schiff oder am Schiff befestigt ist, kann am Kiosk verkauft werden. Das heißt, nicht nur die Kisten, die eingerastet sind, sondern auch Sachen, die man an die Seiten stellt. Wenn du einen Laderaum mit einer SCU-Groß hast von 46, kannst du da immer noch Kisten weiter reinpacken, mal angenommen. Die selbst gelten als Lose, sind aber im Schiff registriert und können auch am Kiosk verkauft werden. Das heißt, man kann ein Schiff auch überladen. Dann war die Frage für uns auch wichtig, können Container überhaupt gesehen werden, gescannt werden? Ja, Container können mit einem Ping, werden tauchen auf. Das ist natürlich abhängig von der Entfernung und deren Signatur, die ja relativ klein sein wird. Aber die haben auch einen Marker beim Ping. Außerdem werden die Umrandungen von den einen SCU-Kisten farblich markiert, sodass man sehen kann, was ungefähr drin ist. Also, ob es sich dabei um Metalle handelt, ob es sich dabei um Food handelt und so weiter. Cargo, die dem Käufer nicht gehört. Egal, ob ich meine Cargo meinem Kumpel gebe, ob ich sage, hier, ich habe noch fünf Kisten, irgendwas, habe ich gekauft, nehme die und verkaufe die, kann niemand außer der, dem die Kisten gehören, an einem Kiosk verkaufen. Es gilt, die Ware, die gestohlen ist, kann nur an einem No-Question-Ask-Terminal verkauft werden. Wenn ich weiß, was das ist, an bestimmten Stationen gibt es Hidden Terminals oder dann wahrscheinlich auf Grimhex auch. Kann man die im neuen Grimhex, kann man die vielleicht im Admin-Office verkaufen. Es war auf jeden Fall die Rede von Grimhex. Ist es möglich, die Kisten dort zu verkaufen, zu einem deutlich geringeren Preis? Eine Prozentzahl wurde nicht genannt, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall um die 50% liegen. Größtes Thema, Soft-Death. CIG sieht vor, dass an einem Kampf beteiligte Schiffe der unterlegene Gegner zu 70% das Schiff nicht verliert, explodieren lässt, sondern dass das Schiff deaktiviert, zerstört, ausgeht, nicht reparabel, wissen wir nicht, nicht reparabel ist, aber dann treibt. Mit den lebendigen Insassen noch drin, Pilot, Schützen, wer auch immer noch drin sitzt. Möglicherweise, je nach Schadenzufuhr, kann es dann auch zu INCAP kommen, da wissen wir nichts drüber. 70% der Zeit also wird das Schiff nicht explodieren und alles bleibt intakt, auch Ladung bleibt komplett erhalten. 30% der Zeit wird das Schiff explodieren, wie wir es kennen. Dann erst tritt folgende Regel ein. 10% der Ladung gehen auf jeden Fall verloren. Das Schiff explodiert und 0-90% der Ladung werden sich loslösen vom Cargo Grid und werden frei umherschweben oder auf den Boden fallen und so weiter und so fort. Das heißt, im Schnitt 45% der Ladung bleiben über. Die NPCs, bei denen läuft das genauso ab, auch 70% bleibt das Schiff über, 30% explodiert das Schiff, gilt für jedes Schiff, egal ob beladen oder nicht. Nur die NPCs sterben, auf jeden Fall, egal wie es ausgeht. Eine weitere Sache ist, sollte der Softness eintreten, werden alle Türen und Klappen unlockt. Das heißt, die Boarding-Action kann beginnen. Es ist dann nicht mehr abgeschlossen, kann aufgemacht werden. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam, dass die Klappen und die Türen dann noch gehen, wenn ja alles ausgefallen ist. Aber dem Spiel sei das geschuldet. Jetzt meine Gedanken dazu. Der Softness, den wir hier eingeführt sehen, ist nur eine Krücke, ein Hilfsmittel, eine erste Iteration von dem Verfahren, was passieren wird, wenn wir Panzerung bekommen, die durchschlagen werden kann, wo einzelne Komponenten hinterliegen, die zerstört werden können. Es ist eine Abbildung davon, wie kampfunfähig das Schiff gemacht werden kann oder dass es halt nicht sofort explodiert, dass es nicht eine Lebensenergie gibt, die das Schiff zerstört. Diese Technologie wird hundertprozentig ausgetauscht werden gegen eine viel differenziertere. Werden kritische Systeme im Schiff getroffen, fallen die Schilder aus, also werden die Schildsysteme getroffen, fallen Lebenserhaltung getroffen, Antrieb getroffen, Power-Management getroffen. Und das passiert später. Das ist jetzt die Abbildung dessen, was passiert, wenn es zu einem Kampfende kommt. Hier sollten wir nicht so viel Wert drauflegen, dass es jetzt für immer so ist und so bleibt, sondern das ist erstmal nur eine Annäherung an den Status, den wir erreichen wollen. Was bedeutet das nun für dich und mich, dich als Händler oder Pirat oder mich als Outlaw, Händler und Pirat und so weiter? Tja. Cargo Refactor an sich, muss ich sagen, ist etwas kurz gegriffen. Wir haben das Problem, dass die Mining-Ships und Starfahrer und so noch genauso funktionieren wie vorher, obwohl die ja eigentlich auch Cargo tragen. Das heißt, das ist noch gar nicht richtig fertig. Cargo, ich finde den Begriff Cargo Holding etwas weit. Dann haben wir ja Persistent Entity Streaming und Salvaging dazu. Über Salvaging wisst ihr ja sicherlich schon Bescheid. Das alles zusammen führt dazu, dass, was wir wieder haben, bevor 3.18 überhaupt released wird, ein großer Aufschrei in der Community. Oh, die Piraten, die bösen Griefer und so weiter. Ich habe jetzt gar keine Ruhe mehr. Ich kann jetzt gar nicht mehr traden. Ich kann jetzt gar nicht mehr Mining machen. Also, ihr habt meinerseits auch nicht weiterhin gefeit. Wir wissen immer noch, wo ihr seid. Lyria, Arcorp, L1, solltet ihr euch mal eine andere Route suchen. Wir sind also an dem Punkt, wo wir, wenn ich für mich als Piraten spreche, wo wir endlich mal bei den Händlern Geld verdienen können. Es wird aber mitnichten so sein, dass Tausende von Piraten jetzt auf die Server strömen und das ist nicht so. Es gab vorher Piraten, die sich auch als Piraten gesehen haben, die sich als Piraten verhalten haben. Es geht nicht um die Player-Killer. Es geht nicht um das Griefing, sondern es geht hier um Spielinhalte. Die Piraten, die vorher Piraten waren, haben es auch gemacht, ohne Geld zu verdienen. Jetzt haben wir da zum ersten Mal die Möglichkeit, den Händlern auch was wegzunehmen. Jetzt muss man aber auch sagen, der Soft-Death und das endlich Kisten rausfallen, physikalisch da sind, das ist eine Sache, auf die wirken wir schon seit drei Jahren. Es waren alles nur Krücken, die irgendwie der Server-Performance geschuldet waren. Das sollte schon alles vorher funktionieren und jetzt endlich bekommen wir das. Wir haben ein System, das es uns jetzt endlich ermöglicht, mehr zu machen. Auch der Händler. Jetzt stellt man sich vor, was ja dem einen oder anderen passiert, er crasht mit seiner Kiste auf einem Mond oder ähnliches. Jetzt liegt das ganze Zeug da rum oder einer wird abgeschossen von einem NPC. Und das ganze Zeug liegt auf dem Mond rum und wartet darauf, dass es wieder eingesammelt wird. Jetzt kann der Händler also losziehen, seinen Kumpel holen oder sein Schiff claimen und die Sachen auch wieder einladen. Die Sachen sind dann nicht weg, sondern erzeugen mehr Gameplay. Oder man kommt selbst an einer Absturzstelle vorbei, die vielleicht abandoned ist, also zurückgelassen. Und man findet Dinge, die einfach da rumliegen. Das ist alles dem Persistent-Entity-Streaming geschuldet. Die werden so schnell erstmal nicht despawnen. Das und, wenn ich nochmal aufs Piraten-Gameplay gehe, der Spieler, der nicht stirbt, noch mehr Interaktion hat im Schiff. Er wird gebordet möglicherweise, kann sich verteidigen, kann was erleben, hat eine spannende Action auch mal dabei. Das erweitert doch das ganze Spiel. Ich sehe da eigentlich ziemlich coole Momente. Es wird nicht jeder Moment cool sein und nicht alles toll sein. Hier und da wird es ziemlich witzig, bin ich mir sehr sicher, wenn man das zulassen kann. Natürlich werden wir als Piraten, ihr als Piraten, meine lieben Kollegen da draußen, die das jetzt guckt, wenn wir wieder beschimpft werden im Chat und dass wir nur böse sind und schlimme Menschen und so weiter. Meiner Erkenntnis nach sind Piraten die freundlichsten Typen im Chat und machen fast schon ein bisschen Rollenspiel. Hingegen die bösen Griefer-Player im Chat ihren Verbaldurchfall nicht unter Kontrolle haben. Bitte seht doch mal zu, dass ihr nett seid zueinander. Wie sieht das jetzt überhaupt aus für uns Piraten? Was passiert? Wie gehen wir vor? Üblicherweise werden die Miner sich ja nicht großartig ändern. Wir haben ja gesehen, dass es da keine zusätzliche Optionen gibt. Also Prospektoren, Moles und Rocks werden wie üblich über Bubbles rausgeholt, erpresst und im Falle von Nicht-Kommunikation abgeschossen. Ich hoffe, CIG arbeitet sich nochmal an der Kommunikation ab, dass es ein wenig besser läuft in Zukunft. Die Händler mit ihren Kisten, die wir jetzt einfangen können, da gibt es eigentlich so drei Möglichkeiten. Erstens, wie wir das vorher auch schon gemacht haben oder mit den Minern machen, wir versuchen die aufzuhalten, mit EMPs auszumachen und Distortions und die erstmal zum Anhalten zu zwingen. Am besten dann so kampfunfähig, dass man die boarden kann und so fort. Das ist allerdings jetzt mit dem neuen System ein bisschen ad absurdum geführt. Weil wir den Soft Death haben, bekommen wir es ja jetzt mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit zu tun, dass alles so bleibt, wie es ist und wir das Schiff ausmachen können mit normalen Waffen. Das heißt, wir können voll bewaffnet ohne wirkungslose Störungsgeschosse, Distortions oder EMPs, können wir losziehen, können das Ding abschießen, können den Gegner, das Opfer so richtig runterschießen, bis es ausgeht oder explodiert. Wenn es explodiert, fallen ja auch Kisten raus. Man könnte also noch versuchen, den ganz normal zu bekämpfen und hoffen, gucken, ob sich der Händler meldet und sagt, hey, hört auf auf mich zu schießen, lasst uns einig werden, bevor ihr mich hier komplett ausmacht. Das ist so eine Option. Also, Distortion-Waffen und EMP-Waffen werden relativ nutzlos, glaube ich, in diesem Pitch. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das für Piraten in erster Linie überhaupt noch wichtig ist, obwohl wir natürlich nicht töten wollen. Also, ich zumindest habe jetzt kein Interesse daran, zu töten, zu morden, sondern ich will ja eigentlich nur Ladung haben und, 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 und Geld verdienen. Das heißt, mein Spiel ist nicht darauf aus, den anderen zu vernichten, sondern einfach was abzubekommen. Die letzte Möglichkeit ist, sich ins Schiff zu schleichen, mitzufliegen, bis man die Kontrolle über das Schiff erlangen kann, das Schiff dann irgendwo hinzubringen an einen sicheren Ort und den ganz in Ruhe den Kahn leer räumen und die Kisten umpacken und wegfliegen. Das sind so die drei Möglichkeiten. Wir sehen jetzt schon, Möglichkeit 1 wäre eigentlich unsere präferierte gewesen, die mit den Distortionen und den EMP. Die wird aber eigentlich abgelöst und eigentlich ist es sogar noch besser, EMPs nicht zu benutzen, sondern den Gegner in Soft-Death zu befördern, weil wir dann die Möglichkeit haben, die Luken zu öffnen. Einfach so, wohingegen bei einem EMP-Down, also wenn wir den ausmachen, müssen wir eben erst noch die Luken aufschießen, dann gehen die nur ein Stück auf, ist ein bisschen schwieriger und so weiter. Also ich erwarte jetzt hier erstmal den Weg des geringsten Widerstandes und der ist dann natürlich dadurch gegeben, dass, wenn man ihn einfach abschießt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass noch alles verbleibt, wie es ist und wir dann sowieso ein Gameplay nochmal im Schiff bekommen. Wir bekommen also mit 318 und dem Salvaging auch und dem Cargo-Refektor Dinge zum Anfassen. Wir bekommen Dinge zum Interagieren. Wir bekommen Optionen. Mal angenommen, ich schieße den Händler ab mit meiner Crew und wir sammeln die Sachen ein. Dann wird sicherlich der Händler, sofern möglich, seinen Kumpels Bescheid sagen, wenn er nicht in Cap ist oder so und sagen, ich bin hier abgeschossen worden. Rette mich und komme mal mit zwei anderen. Das heißt, wir müssen auch als Piraten wieder Luftüberwachung machen, gucken, dass, wenn wir die Sachen unten einpacken, was auch ewig dauern wird, oder wie man die Sachen schnell hin und her schafft oder im Weltraum einzupacken, wird auch noch interessant. Wir müssen halt auch trotzdem weiterhin aufpassen. Ja, es ist nicht ein Hit and Run und weg, sondern da passieren auch noch Dinge im Nachgang. Das sind alles coole Entwicklungen, finde ich, die die Spielweise nicht so eintönig monoton machen. Es kann was passieren, es muss nichts passieren. Wird super. Übrigens, wenn du meinst, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt alles voller Piraten sein wird und so weiter, Ich möchte dich einfach nochmal fragen, das ist meine Standardfrage, wie oft bist du im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, seitdem du spielst, von Piraten überfallen worden? Ich rede jetzt nicht von Player-Killern auf PO weggewumst worden oder so, sondern von Piraten überfallen. Wie oft? Zähl mal durch und dann weißt du ungefähr, wie viel Schlimmes dir droht. Also, Savaging PS und Cargo Reflector werden dazu führen, dass wir mehr Spiele bekommen. Und es ist nicht alles das Ende, sondern es ist nur eine Anzeige von dem, wo es hingeht. Sobald wir im nächsten Jahr hoffentlich Server-Meshing bekommen und weitere Systeme dazu und es entzerrt wird, ich sage nicht, dass die Piraten dann nur noch in Pyro zu finden sind, das brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, Wenn es entzerrt wird, wenn es mehr Platz gibt, wenn es mehr KI gibt, die sich vernünftig verhält, die Bevölkerung herstellt auf den Monden, die auch mal anfliegt und dass man nicht nur Spieler findet, die traden, sondern vielleicht auch NPCs, die am Ort sind und das alles befüllt, dann wird das Ganze sich auch anders anfühlen. Es wird eine Vermischung geben von Spielern, NPCs, Aktivitäten, Transporten und nicht mehr nur auf mir ist langweilig, ich schieße die Leute ab oder ich messe mich im PvP, das wird es sicherlich auch geben, aber nicht mehr in diesem Gefühlsausmaß, sodass die Leute frei drehen im Spektrum und sich da gegenseitig mit Spucke beschmeißen. So meine Lieben, das waren meine Gedanken. Ich freue mich persönlich auf, und es wird kommen, viel salzige Tränen und süße Ladung, die wir einsammeln und die Unbelehrbaren bleiben unbelehrbar und wer nicht miteinander spielen will, der muss halt alleine spielen. Ich wünsche euch was, meine Lieben. Macht's gut und passt auf euch auf da draußen. Und immer mal aufs Radar schauen, auch die Rockmann. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.